Hermine! Hermine, was ist passiert? Hä? Wieso hat sie das? Was soll das bedeuten? Komm mit, wir müssen nachschauen. Und damit herzlich willkommen zurück zu Lego Harry Potter, die Jahre 1 bis 4. Im letzten Part haben wir Draco Malfoy überprüft, ob er der Erbe Slytherins ist. Und wir mussten leider feststellen, dass er es nicht ist. Oh Mann, schade, schade. Aber wir müssen wieder hier rein. Och ne. Da war hier, äh, das Vertrauensklo. Ah ja, das Klo. Ist da jemand? Oh, guck mal. Ich hör da was. Komm mal mit. Oh, One. Ah. Was fragt ihr mich zu stören? Okay, okay. Oh Gott. Okay, falscher Zauber. Falscher Zauber. Jetzt aber. Oh. So, hier. Und nochmal. Vier Leben hat die, okay. Maul in the murder, ey. Du hast wohl vier Leben, wie ich gehört hab. Jetzt nur noch drei. So, was schmeißen wir diesmal hier hin? Wieder sowas? Hallo? Muss ich näher hier stehen, oder was? Ja, muss ich. Muss ich tatsächlich. Okay, damit konnte ich nichts machen. Damit aber. Und ich nicht getroffen, oder was? Sorry. Hab ich getroffen? Okay. Nein. Oh, jetzt aber. Oh, der ist auch nicht schön, ey. Jetzt, er ist ja auch. Alter. Jetzt aber hier. Verarsche. Oh, doch. Doch. Hä? Jetzt aber. Doch, ich hab sie getroffen. Oh mein Gott, ich dachte grad. So, das ist ja jetzt hier. So, jetzt geht's ein bisschen schneller jetzt voran hier. Dann warte ich hier mal eben. So. Dann ist er wahrscheinlich wieder da hinten. So, noch ein Geh. Ah! Hier, nehmt das Scheißbuch! Oh. Bl-bl-bl-bl-bl-bl. Oh. 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 Oh nein. Dumbledore? Ist das nicht die maulende Myrte? Ich hab mich jetzt grad mal hingelegt. Oh, ne Spinne. Oh. Oh Gott. Was macht das denn hier für Geräusche, ey? Ach, das war das. Dann gucken wir mal, ob er es kann. Äh. Wie, 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 wie konnte ich den Charakter wechseln? So nicht. Ah, damit. Okay. Super. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Für alle, die es nicht wissen. Das hier ist Tom. Nee. Zum Ersten, danke. Das ist Tom. Ähm. Ist das jetzt ein Spoiler? Nee, würde ich nicht sagen. Ja, Tom ist Tom Wallace for loss. Äh. Würde. Es ist Lord Voldemort, Leute. Wir spielen Lord Voldemort. Als Teenager. Oder vielleicht sogar schon junger Erwachsener, würde ich fast schon sagen. Oh, da springen wir rüber. Ist das jetzt hier? Ach, da ist wer drin. Oh Gott, wir brauchen beides, oder was? Okay. Wohin muss das denn? Ja, ja. Lass mich mal hier. Ich möchte mal eben kurz gucken. Hä? Wofür? Wofür? Wofür brauchen wir das denn hier? Ich hab das jetzt, ne? Ach, hier. Hier rein muss das. Da muss auch das Skelett-Dings rein. Hat den Harry noch? Ja, Harry hat den noch. Äh. Ich hab einfach geschossen. Wurde aber nur wechseln. So. So. Geh mal wieder vor hier. Kleiner. Müssen wir nochmal? Nee. Bitte hier. Danke. So. Super. Hier ist außerdem noch so ein Ding. Das hab ich vorher nicht benutzt. Ah, jetzt. Ah. Ach, dann kommt der andere noch hoch. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Weil das brauchen wir eigentlich erstmal nicht. Ach, Mann, ey. Ich hasse alle Raunen, Leute. Ich hasse diese Dinger. So. Hier rein damit. Nee, da rein. Und man sieht auch hier schon, erhält sich auch hier den Zauberstab so. Man zaubert auch so. So. Was können wir da machen? Weiß ich nicht. Er sitzt stark, oder was? Aber für was? Ich weiß es nicht. Für die Ketten? Nee. Nee. Nee, nee, nee. So. Kannst du hier was machen? Nee, auch nicht. Okay, okay. Dann machen wir jetzt erstmal hier die Brücke. So. Noch einer. Ah, so. Perfekt. Und hier habe ich jetzt... Alter. Nee, ist kackfähig, ey. Habe ich Luma's? Ja, Luma's habe ich. Okay, okay. Äh. Ach. Ah, da war ne Tür. So. Raus mit mir. Raus mit mir und wir nehmen die Kacke hier. Nehmen die Kacke und machen jetzt hier erstmal alles kaputt. So. Ich merke gerade, das bringt uns eigentlich gar nichts. Oh, da haben wir irgendwie ne Kartoffel da befreit. So, bitteschön. Ah, man, wieso kann man sich damit nicht schneller bewegen? Es dauert so lange, Alter. Kommt, wir vergraben dich da einfach. So. Oh, warte. Ich brauche dich doch noch für den Schrank hier. Den habe ich komplett vergessen. So, jetzt. Jetzt kannst du da rein. So, bevor wir, äh, Dingsi-Booms hier machen, ne? Was ist das denn eigentlich? Weiß nicht. Dafür brauchen wir wahrscheinlich einen Schlüssel. So, ich will hier hoch, Heavy. Ach. Ist offen. Ah, das bleibt dann offen. Ah, cool. Gut zu wissen. Gut, dass ich das ja auch noch erfahre. Ach so. Och Gott, da hätten wir noch ne Brücke gebaut. Ja, nimm eine. Äh. Ich glaube, ich glaube, diese Frage habe ich mich damals auch gestellt. Dann war das dieses Level hier. Wie kriegt man die nach links? Ich weiß es nicht. Nee. So kann ich da mit arbeiten. Aber ich kann nicht weiter nach da. Vielleicht ist das die für hier. Wie. Ach, nee. Nicht ganz, ne? Okay, dann. Ah, warte. Die ist wieder hier. Ach, nee. Aber dich. Nee, ich will dich eigentlich nicht da drauf haben. Also, irgendeine Lösung ist... Irgendeine Lösung muss es hier noch geben. Hm. Ach, wahrscheinlich, wenn ich das da trinke, oder? Ah, wir gucken mal. Gleich haben wir Glück. Oh, das ist richtig. Ja. Och Gott. Gut. Gut, 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 gut. So. Also, mal eben. Wieso braucht man euch hier? Ach so. Och Gott, ich verstehe. Nee, nee. Also, hier. So. So, weg damit, bitte. Wir brauchen nämlich jetzt... Nee, das hier. Oh, nee. Das kommt nach hier hinten. So. Kommt das hier in die Mitte. Dann kommt das da oben drauf. So. Und das kommt da drauf. Oh, schön, oder? Habe ich doch gut gemacht. Das habe ich gut gemacht. Da kann ich mir auch mal selbst auf die Schulter klopfen. Für dieses tolle Talent. So. Und rüber mit mir. So, peng. Oh, nein. Ich habe das hier kaputt gemacht. Ich habe das hier kaputt gemacht. Ah, ich komme da drauf. So. Oh, nee. Muss ich... Oh, nein. Das wird laufend mit der Zeit, oder was? Okay. So, Harry. Harry. Wir müssen uns jetzt beeilen, oder? Du machst Wingardium-Liveosa nach da oben. Für mich. Dann bin ich genauso schnell. Aber, nee. Okay, nee. Er ist nicht ganz so schnell. Schade. Oh, nein. Ich kann noch mal trinken. Ich kann noch mal trinken, ey. Die vollkommen daneben gefallen. So. Hopp. Hopp. Keinen Fehler machen. Springt. Oh, nein. Ich hing da drauf. Es hat nur geklappt. Es hat nur geklappt. Ich raste aus. Ach, ein Warzenschwein war das. Okay. Cool. Da. Tada. Gut. Dann gehen wir mal rein. Ah. Ein paar Kerzis. Oh, Dumbledore. Hallo, Dumbledore. Ach so. Daher sind wir gerade gekommen. Okay, okay. Danke. Ja. Ich meine, was bringt es mir jetzt hier, wenn ich hier alle Kerzen am mache? Gar nichts. Das ist das Problem hier unten. Aber es ist schön hier unten. Ich finde es schön hier im Kerker. Eigentlich. Bringen mir die Bänke was? Nee, auch nicht. Also, ganz ehrlich, ne? Wofür mache ich das hier eigentlich? Wofür mache ich denn hier alles kaputt? Dass es mir eh nichts bringt. So. Ah, okay. Wie, Peng. Super. Radio. Eins von acht oder was? Cool. Da, 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 da. Hallo. Gib mir das Lenkrad. Bis denn jetzt hin? Ja, jetzt gibt das her. Danke. Oh. Mann, jetzt muss ich das auch noch hier selbst hier machen. Haben wir wieder das? Okay. Ah, uuuh. Ui. Okay, tschüss. Mein Gott. Oh, ich dachte, du bist drüben. Warte mal, kann ich das auch von hier? Nee. Weh mich? Der Junge da eigentlich komplett verarschen? Das ist so ein Witz hier, oder? Also, jetzt wirklich. Danke. So, komm rüber. Mein Gott, das war jetzt aber hier auch eine Geburt, ey. Oh, mein Gott. Schön. Danke, Schlange. Oh. Das kann ich denn hier machen. Schönes. Okay. Ja. Das ist ein Hüpfding. Und da ist irgendwas. Achso. Das ist wieder so ein Dings. Okay, okay. Äh, Lumos Sohle. Komm ich da rüber? Ach, so nicht. Äh, anderer Zauber. Danke. Ja. Achso. Ah, das ist so ein Dings. Okay, okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich bin nicht dumm, Leute. Ich bin nicht dumm. Ich verstehe es. Was ist das? Sollen wir das hier kaputt machen, oder was? Ah. Ah. Okay. Da ist also Heckbitt dahinter wahrscheinlich. Ich mache nur das noch kaputt. Okay, dann machen wir es nicht nur kaputt. Mann, 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 Mann. Oh nein, ich wollte nicht kratzen. Das Aragog in Ruhe. Die kann dafür nichts. Oh oh. Du musst mir eine Zauberschaft geben, Hagrid. Hagrid. Oh, guck mal. Hagrid hat damit die Kammer geöffnet. Nicht. Draco. Hm. Oh, ein Buch. Hehehehe. Ah. Sa, 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 sa. Also, Leute, Leute. Das war mal wieder ein Part hier von Harry Potter im Lego-Universum. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, mein Mikro ist in Ordnung, weil momentan seit dem Windows-Update spackt es ein wenig ab, was mich tierisch nervt, wirklich tierisch. Und ich hoffe, jetzt geht's wieder. Wir sehen uns dann. Bis dann, euer Kamito. Haut rein. Und wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. Tschüss. 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 Tschüss.